Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie zur 31. Landesausstellung hier in Stadl-Baurau auf das Herzlichste willkommen zu heißen. Hoppa, 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 hop Es war hoch an der Zeit, diese Beziehung mit einer Landesausstellung zu würdigen. Ich freue mich, dass es nunmehr soweit ist und erkläre die Landesausstellung Mensch und Pferd 2016 in Stadl-Paurer und Lambach für eröffnet. Mensch und Pferd, Kult und Leidenschaft. Die oberösterreichische Landesausstellung in Stadl-Paurer und Lambach bis 6. November.